Ist er damit eigentlich schon durch? Die warten nur noch bei einem Termin vor Gericht. Wir hatten 22 Gäste in der ganzen Woche. Das dauert halt. Wir müssen das Restaurant aufgeben. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du ihre Sachen mitnehmen? Nächste Woche werden wir die Adoption mit Angelina offiziell machen. Möchtest du nicht lieber bei deinem Mann sein? Er soll hierher kommen. Ja, oder? Du besuchst ihn. Er hat was gemacht? Er hat uns angezeigt.